Skifahren im Sommer, das ist heutzutage gar kein Problem mehr. In Skihallen wie hier in Neuss kann man ganzjährig Wintersport betreiben. Aber wie kann das sein, dass es draußen 38 Grad ist und drinnen 0 Grad? Das will ich mir heute mal anschauen. So, es ist Zeit, ich tue mir warme Klamotten an, denn jetzt geht's in die Kälte und ja, ich bin verabredet. Ich bin Felix. Ich bin der General. Hi, wie funktioniert denn diese Skihalle? Man muss sich so vorstellen wie eine große Krüche, da kann ich dir genau gleich zeigen wie das funktioniert. Okay, dann lass ich das machen. Wie kalt ist es jetzt hier drin genau? Minus 3,2 Grad. Draußen über 30 Grad und hier minus 3. Ja, wenn das heiß wird, dann kann man uns hier abflühen. Und was ist das Ding, was jetzt so laut ist da hinter uns? Das ist für unsere Schneekanon. Also wir produzieren gerade Schnee. Ja, dann lass doch mal hingehen. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Nebel, der da runterkommt. Das ist ja immer ein ganz feiner Schnee. Das fühlt sich schon seltsam an. Wie genau unterscheidet sich Kunstschnee von echtem Schnee? Die Klocken, wie man sieht, sind viel kleiner. In dem Naturschnee, die Klocken sind viel größer. Bei uns ist es viel feiner. In dem Schnee wird wirklich schon rein Wasserleitung gemacht. Kann man denn essen? Kann man denn essen, ja. Unser Schnee kann man essen. Solange keiner draufgepinkelt hat, einfach Wasser. Und wir haben, wie gesagt, zwölf Schneekanonen, die komplette Halle verteilt. Wie groß ist jetzt die ganze Halle? Also die Gesamthalle ist 300 Meter lang, 60 Meter breit. Und wie hoch ist der höchste Punkt? Also wir haben drei Abschlüsse hier, 12 Prozent Steilwunk. Der Abhälter der Piste ist 28 Prozent. Wir haben rote Piste, blaue Piste und wir haben schwarze Piste. Die schwarze Piste ist dann so das krasseste. Das schlimmste, ja. Kann man den Schnee denn eigentlich auch kaufen? Ja, man kann Schnee auch bei uns kaufen, ja. Und wer macht das? Viele. Vom Kindergeburtstag, Jugendlicheabschiede, Party zu Hause, Badewanne voll machen, vier Bier kühlen, Getränke kühlen. Richtig. Wo müssen wir jetzt hin, wenn wir die Schneekanonen ausschalten wollen? Das muss man nirgendswo hin. Also ich kann das alles bei Handy einhalten. Kann man alles über das Handy steuern? Das kann man alles mit Handy machen. Vom Licht, Musik, Ton, Schneekanonen, Lüftung. Alles, was man braucht. Das ist haltet. Jede Maschine, ob die läuft, ob alles in Ordnung ist. Ob alles im grünen Bereich ist. Schneekanonen habe ich gerade auch ausgeschaltet. Ah, okay. Das ist alles. Das heißt, hier sieht man, wenn das Rot leuchtet, dann ist es aus und wenn das Grün ist es an. Wenn ich die anmache, dann ist die grün und dann fängt der Schnee zu produzieren. Wir haben ja gesehen, im Hintergrund sind die ganze Zeit Leute gefahren. Das heißt, der Schnee wird ja irgendwie so ein bisschen abgetragen. Wie macht ihr das dann wieder klar, dass man da wieder eine schöne Fläche zum Fahren hat? Wir haben auch zwei Pistenbullys in der Halle. Wir fangen um 22.30 Uhr bis 15.00 Uhr vor. Das Schnee wird glatt gemacht und wenn die komplette Piste fertig ist, dann sieht es wie ein Teppich aus. Dann kann ich dir auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Wollen wir uns da mal so eine Schneeraupe anschauen? Das können wir gerne machen und fangen an, wie das funktioniert. So macht man das, oder? Jetzt bin ich komplett nass. Geil. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend von hier oben. Gibt es eigentlich auch Profis, die hier trainieren? Oder wie ist das? Gibt es auch. Wir haben auch viele Nachwuchs, die zu uns über Sommer kommen, trainieren. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel wirklich kreativische Europa. Schweizer, Österreicher, DSV, WSV, Slowenien, Kroaten, Italiener, Spanien, alles Mögliche. Wie alt ist so der älteste Kunde hier? Also der älteste Skifahrer, den ich persönlich sehr gut kenne, ist 92. 92? 92 Jahre alt. Wie viel Energie oder Strom verbraucht die Halle denn hier eigentlich? Weil viele, viele stellen sich die Frage, ob das viel wenig, diese Diskussion gab es immer wieder. Also ein Freibad verbraucht mehr Energie als eine Skihalle. Wie gesagt, der große Kühlschrank, wie zu Hause. Wenn der zu bleibt, dann bleibt der zu. Und ich brauche in den schlimmsten Tagen bei 40 Grad 30 Prozent Energie. Also das ist gar nichts. Ja. Das liegt auch daran, also dass das hier so mega krass isoliert ist und so. Ja, super isoliert. Und wie gesagt, wenn die Kälte in der Halle bleibt, wenn ich alle Türen offen mache, dann verbraucht man viel Energie. Du findest auch, dass in den Bergen Skifahren, es ist schöner als hier? Das kann man nicht vergleichen. Die Berge kann man nicht versetzen. Skifahren in den Bergen ist anders als in der Skihalle. Ja, klar. In der Skihalle komme ich hier hin, lerne ich hier als Kleinkind Ski zu fahren. Und dann gehe ich mit meinen Eltern im Skiurlaub oder im Skigebiet. Ja. Im Rohgebiet oder in Nordrhein-Westfalen kann man nicht überall über so einer Ski fahren. Ja, klar. Jetzt sind wir hier draußen am allerhöchsten Punkt der Skihalle. Und jetzt geht es ganz nach unten ins Herz. Wo gehen wir jetzt genau hin? Das hier ist jetzt so das Schaltzentrum von der ganzen Halle, oder wie ist das? Das ist das Herz der Skihalle. Das Herz, okay. Oder unsere Beschneiungsanlage. Ja. Das zeigt sich jetzt, wie die komplette Anlage funktioniert. Okay. Von A bis Z. Lass uns mal reinschauen. Was haben wir hier genau? Also hier habe ich zwei Rüstkompressoren, die dafür sorgen, dass das Schnee entsteht. Der erste Pass ist Reservegeklo für Bodenkühlung. Der zweite Behälter drüben ist der Luftdruck. Das zeigt sich jetzt der beste Teil der Beschneiungsanlage. Also hier ist das Herz der Skihalle. Wir haben hier drei Maschinen. Hier kommt das Wasser an. Circa 20 Grad. Wird runtergekühlt auf 4 Grad. Und dann mit den Pumpen werden die Wasser hochgeleitet in der Beschneiungsanlage. Dann kommt hier Pressluft dazu. Dann entsteht der Schnee. Wird der Boden gekühlt. Wasser wird gekühlt. Und die komplette Anlage wird von hier gesteuert. Ja. Also ohne diese Maschine funktioniert leider gar nichts. Drei Kompressoren. Richtig. Und zwei Kältekreise haben wir hier. Zwei Kältekreise. Also im Prinzip, wenn eine Maschine ausfällt, ich habe immer noch zwei. Wenn die zweite kaputt geht, habe ich die dritte. Das heißt, es ist alles sicher. Es kann eigentlich gar nichts schief gehen. Also doppelt und dreifach sind wir die Anlage abgesichert. Also das ist unser Dieselmoto. Der ist wie gesagt einsatzbereit. Wenn der Netzstromausweis sein sollte, der springt vollautomatisch. Und sorgt dafür, dass wir Strom haben. Wie lange könnte die Halle so komplett ohne Strom sein? Oder wann würde die komplett abtauen? Also wenn das wirklich alle Stücke reißen. Also das wird ein paar Monate da ein bisschen komplette Schnee in der Halle abgetaucht. Ah okay. Das heißt nicht am nächsten Tag hättet ihr ein Schwimmbad da drin. Sondern das... So schnell geht das nicht. Wir werden keine Badehose brauchen. Okay. Das ist die Computerschautzentrale in unserer kleinen Werkstatt. Also wirklich kann man genau sehen, wie die Anlage funktioniert. Was gibt es für ein Problem. Also kann man wirklich genauer rangehen an die Sache. Und genau sehen, wo liegt das Problem. Es gibt immer jemanden, der das ganze Ding im Blick hat. Zu jeder Zeit. 40 Sturm. Hattet ihr denn schon mal irgendwelche größeren Probleme hier? Oder irgendwelche Stromausfälle? Das haben wir auch. Also nicht oft ein paar Mal haben wir Stromausfälle gehabt. Die Anlage hat funktioniert. Das ist auch im Prinzip ein guter Test. Auch für uns. Aber geht der Betrieb dann weiter? Oder... Betrieb geht weiter. Also Gäste im Prinzip bringen gar nicht mit. Das heißt, selbst wenn hier ein großes Problem wäre, die Leute könnten weiter Skifahren. Die können weiter Skifahren und die kriegen das gar nicht mit, was hinter den Kulissen abläuft. Boah, ich fand es auf jeden Fall mega faszinierend, hier mal hinter die Kulissen von so einer Skihalle zu schauen. Kriegt man ja normalerweise gar keine Einblicke rein. Wenn euch Reportagen dieser Art gefallen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir sowas vielleicht häufiger. Vielen Dank an die Skihalle Neuss, bei der wir hier drehen durften. Und nachdem ich das jetzt so gesehen habe, habe ich auch so ein bisschen Bock selber mal Ski zu fahren. Vielleicht mache ich das in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!